Hallo und herzlich willkommen, hier ist dein Capital Exoto und ich werde dir in diesem Videokurs Step für Step erklären, wie du dir eine sichere E-Mail aufbaust, wie du dir danach ein sicheres Wallet aufbaust, wie du Kryptowährungen ein- und verkaufen kannst und anschließend auch traden kannst. So, zu allererstens habe ich jetzt hier eine Gmail ausgesucht für die Leute, die etwas fortgeschrittener unter euch sind. Ihr könnt mit eurer eigenen Domain eben auch eine E-Mail nutzen. An der Stelle verweise ich einfach auf Gmail, da du das Ganze hier gut absichern kannst. Seid sicher, dass ihr, wie gesagt, auf dieser Seite hier drauf seid, denn es gibt auch Fake-Seiten auf Google, das heißt, wo man seine Daten in irgendeine andere Seite eingibt. Also ganz wichtig, bei der offiziellen Gmail-Seite starten. So, dann gelangst du über den Button Konto erstellen eben auf diesen Bereich. Ich habe das hier einmal bereits ausgefüllt mit dem Wortlaut Kapital-Exote. Ganz, ganz wichtig, ja, bei aktueller E-Mail-Adresse führt dort nichts ein, denn ein Hacker kann so über eure Alternativ-Adresse wieder hineingelangen. Das heißt, lasst dieses Feld einfach leer und ich drücke jetzt auf den nächsten Schritt. Ich habe jetzt noch einmal das Passwort umgeändert, weil es das Ganze von mir verlangt hat und jetzt geht es auch schon weiter. Es kommen die Datenschutzbestimmungen. Da scrollst du einmal runter. Gib einfach hier deine Telefonnummer ein. Ganz, ganz wichtig, dein Land auswählen. In meinem Fall ist das Deutschland und dann fängst du einfach ohne die Null an, direkt deine Telefonnummer einzutippen. So, jetzt warten wir auf den Bestätigungscode. Ich bin auf jeden Fall gespannt und da ist er schon, hat nicht lange gedauert. So, jetzt drücken wir auf Weiter und zack, ich habe die neue Gmail-Adresse. So, jetzt ist eins ganz, ganz wichtig und zwar öffnen wir erstmal das Ganze. Das wird jetzt hier geladen. So, jetzt bist du einfach in deiner Gmail-Adresse. Ich empfehle dir, diesen Account rein für Kryptowährungen zu nutzen. Du kannst es aber natürlich auch allein als E-Mail-Postfach machen. Ich benutze meine Gmail ausschließlich für Kryptowährungen und habe dort nichts anderes und gehe auch nur damit rein, wenn ich was für Kryptowährungen mache, denn ich es nicht riskieren möchte, gehackt zu werden. Da kann ich euch kurz eine Geschichte erzählen, denn ich wurde bereits einmal gehackt und mir wurden einige Kryptowährungen gestohlen und deswegen zeige ich euch jetzt eben besondere Sicherheitsmaßnahmen, kleine Dinge, die man am Anfang wirklich beachten sollte. So, hier gehst du nun in dein Konto rein und findest einige ganz interessante Features und ich empfehle dir jetzt einfach mal mit dem Sicherheitscheck, also auf Sicherheitscheck und dann das Ganze zu starten. So, wir sind jetzt in dem Sicherheitscheck. In diesem Feld hier kannst du eine Telefonnummer hinzufügen. Ich werde jetzt hier noch gleich eine andere Nummer einfügen. Du wählst wieder das Land aus und fügst die Nummer ein, drückst auf Bestätigen und erhältst ein Code. Ich werde das gleich machen. Adresse zur Konto-Wiederherstellung, das würde ich auch wieder nicht angeben. Bitte schreibt euch dann eben genau euer Passwort auf und passt auf, dass ihr dieses E-Mail-Passwort nicht verliert. Aber auch hier wieder ist das eine Sicherheitsluke, worüber ein Hacker euch wertvolle Coins stehlen könnte. Deswegen würde ich hier kein Passwort angeben. Ich würde das eher über die Telefonnummer machen, weil man da nicht so leicht reinkommt. Alternativ, wenn du dir ganz sicher bist, kannst du auch dieses Feld komplett freilassen. So, jetzt sind wir in der nächsten Seite. Kürzlich aufgedrehtene Sicherheitshinweise. Hier auch ganz, ganz wichtig. Hier siehst du, von wo du eingeloggt bist und wer sich überhaupt eingeloggt hat. Ich hatte mal einen YouTube-Account, da haben sich Leute bei mir aus Düsseldorf, aus Südafrika und Co. eingeloggt. Da war ich absolut schockiert. Und deswegen hier kannst du das überprüfen und wenn etwas nicht stimmt, kannst du diesen Button drücken. In dem Fall ist alles in Ordnung und wir drücken auf alles korrekt. Hier auch wieder die Geräte, die hier verknüpft sind. Wenn da etwas nicht stimmt, sofort melden. Hier ist wieder alles korrekt und wir gehen einen Schritt weiter. So, jetzt haben wir den Sicherheitscheck durch und jetzt drückst du auf Anmeldung und Sicherheit. So, jetzt sind wir im Feld Anmeldung und Sicherheit und hier sind einige ganz interessante Features. Ich gehe jetzt hier ein bisschen runter und zwar siehst du hier einen Button Bestätigung in zwei Schritten. Und das ist ein ganz entscheidender Sicherheitsmechanismus, damit deine E-Mail absolut sicher ist, um nicht gehackt zu werden, um später eben ganz viele Coins aufbauen zu können. Und jetzt drücken wir hier auf dieses Feld Bestätigung in zwei Schritten. Und hier kann man eben, wie du schon siehst, Schutz vor Hackern und eine zusätzliche Sicherheit aufbauen. Und jetzt starten wir das Ganze. Ist eigentlich sehr bedienungsfreudig. In dem Fall tippe ich jetzt hier nochmal mein Passwort ab. Und so, jetzt sind wir in einem Feld, welche Telefonnummer du wieder verwenden möchtest. Ich werde jetzt meine Telefonnummer hier angeben und dann geht es weiter. So, gerade haben wir noch den Bestätigungscode eingegeben. Den hast du per SMS erhalten. Und jetzt kann es mit der Bestätigung in zwei Schritten losgehen. Und zwar aktivieren wir das Ganze jetzt. Und jetzt kommst du, wenn du runterscrollst, in ein ganz interessantes Feld. Und zwar kannst du hier Backup-Codes einrichten, Aufforderungen von Google, Ersatztelefon, Sicherheitsschlüssel und, und, und. Das Wichtigste, worauf ich jetzt eingehen will, auf die anderen Optionen möchte ich jetzt nicht eingehen. Und das alles in einem anderen Video. Und zwar die Authenticator-Applikation. So, und ich werde dir das jetzt kurz am Smartphone zeigen, was das genau ist. Beziehungsweise können wir das einfach auf Google eintippen. Und zwar hast du hier eine sogenannte Authenticator-App. Das gibt es genauso im App-Store als auch für Android. Und diese bitte ich dich runterzuladen. Und dann zeige ich dir das Ganze. So, und zwar seht ihr das hier. Authenticator. Ich drücke dort jetzt drauf. Und komme in ein, so ein Feld. Ja, da drücke ich dann unten Einrichtung starten. Und kann jetzt hier eben einen Barcode einscannen. Und jetzt gehen wir zurück in das ganze Feld hier. Und zwar drücken wir auf Einrichten. So, je nachdem suchst du dein Handy aus. In meinem Fall ist es ein iPhone. Drückst auf Weiter. Und jetzt bekommst du hier einen QR-Code. Ja. Und jetzt zeige ich euch das Ganze. Hier unten steht nämlich Barcode scannen. Da drücken wir jetzt drauf. Und zack, habe ich schon den Barcode-Scanner aktiviert. Ja. Hier in meinem Büro sieht man das Ganze. Und jetzt werde ich diesen Code einfach nur einscannen. Zack. Und ich habe einen Code erhalten, der sich alle 30 Sekunden verändert. Ja. Und anhand von diesem Code kannst du dich jetzt da immer einloggen. Das bedeutet, beim Einlog-Bereich wird dich das Ganze abfragen. Ich drücke jetzt auf Weiter. Jetzt muss ich einmal den Code hier abtippen. Das muss immer innerhalb von 30 Sekunden passieren. Ganz wichtig. Bestätigen. Und fertig. Jetzt hast du die Authenticator-App eingerichtet und das wird ab sofort benötigt, um dich einzuloggen. Wir machen jetzt den Test. Und zwar logge ich mich jetzt aus und dann schauen wir, was passiert. So. Hier bin ich nun im Einlog-Bereich für das Google-Konto. Und zwar loggen wir uns jetzt mal in den Capital Xoten ein. Das Passwort wird wieder abgefragt. Und jetzt ganz spannend, die Google-Authenticator-App. Ganz wichtig. Auf diesem Computer nicht mehr fragen, würde ich wegkreuzen, damit du immer und immer wieder gefragt wirst. Und zwar seht ihr jetzt hier ganz schön den Code, den ich jetzt hier eingeben werde. Und zack, bin ich im E-Mail-Konto drinnen. Kann auf meine E-Mails zugreifen und so weiter und so fort. So. Ganz interessant noch, man hat hier nicht nur ein Gmail-Konto, man kann von hier aus einen Drive-Ordner erstellen, YouTube, einen Kalender einrichten und so weiter. Deswegen ist das wichtig, eben von Anfang an gut abzusichern. So. Mit dieser E-Mail kannst du jetzt nun deinen Account starten. Übrigens würde ich generell immer mit dem Two-Factor arbeiten, um einfach deine Daten in Zukunft sicher zu machen. Denn es kann nur jemand sich einloggen, der dann Zugriff auf dein Handy hat und innerhalb von 30 Sekunden alles erledigt. Also wenn nicht gerade dich jemand mit der Pistole bedroht, bist du hier definitiv sicher. Es ist immer ein Restrisiko da, da wir mit einem Drittanbieter arbeiten, nämlich Google. Aber zumindest ist man hier einen großen, großen Schritt weiter und ist geschützt. Das war es von mir. Wir sehen uns in dem kommenden Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Gib dem Ganzen einen Daumen hoch und bis gleich im nächsten Kryptokurs. Bis dahin, euer Capital Exote.